Hey Leute und herzlich willkommen zu The Theater. Ich hab ein bisschen was dazu gehört und dachte mir, komm, spielst du es mal. Und dann dachte ich mir, warum nimmst du es nicht gleich auf? Ich meine, es läuft doch flüssig, auf 60 FPS, kannst du den Leuten nochmal was zeigen. Ja, und es ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Horrorspiel. Ich muss halt ganz kurz den Sound erst leiser drehen. Das ist natürlich wieder very professional von mir. Dass ich das nicht im Voraus mache. Ja, so vielleicht. Nee. Ja, so geht das. Okay, also ich würde sagen, wir gehen dann jetzt mal auf New Game und ich hoffe, dass es klappt. Also ich hab bisher echt nur Gutes von dem Spiel gehört. Danke, gleichfalls. Komm mit. Ich hab gehört, dass es so eine Art PT ist. Also Silent Hills mäßig. Ja, und ich krieg grad ehrlich gesagt schon Gänsehaut, weil ich echt nicht weiß, was mich hier erwartet. Das ist jetzt tatsächlich mein erster Run. Ja, danke. Danke. Please enjoy the movie. Ja, danke. Okay. Okay. Alles noch ganz normal. Das ist ja wunderbrichtig. Danke. Ja, 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 ja. Öh? Okay. Gucken wir einfach mal, was passiert. Muss ich Angst haben? Wow, die Wände spacken rum. Äh, was? Äh, hi. Ähm. Hallo? Das wäre ehrlich gesagt gruseliger, da durch den Gang zu gehen. Guter Mann? Hier stimmt etwas nicht. Danke. Bitte enjoy the movie. Willst du dich doch verarschen, oder? Du folgst mich gleich ganz bestimmt. Ähm. Guter Mann? Ja. Okay. Äh, der kommt auf uns zu, ne? Komm, wir dem guten Mann mal entgegen. Dann, dich, wir haben los. Äh. Also, es ist schon etwas. Es hat etwas. Ähm, okay. Das war The Theater. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Spiel. Tschüss. Wir sehen uns. Üv'm.